Der Schadenfreiheitsrabatt ist ein Nachlass auf Ihren Versicherungsbeitrag und belohnt Sie für Schadenfreiheit. Das bedeutet, solange kein Schaden auftritt, sinkt Ihr Beitrag Jahr für Jahr und Sie sparen wahres Geld. Schließen Sie Ihren Vertrag vor dem 1. Juli ab, reduziert sich Ihr Beitrag schon zu Beginn des Folgejahres um 5%. Danach wird es noch günstiger. Ab dem 6. Jahr sparen Sie sogar 40%. Und wenn Sie Ihre Versicherung doch mal in Anspruch nehmen müssen, dann erfolgt die Rückstufung in die nächst niedrigere Schadenfreiheitsklasse. Allerdings immer erst zum 1. Januar des Folgejahres. Auch wenn Sie mehrere Schadenfälle melden, können Sie pro Kalenderjahr maximal um eine Klasse zurückgestuft werden. Über Ihren aktuellen Beitrag und Ihre Schadenfreiheitsklasse informiert Sie die ARAG jeweils automatisch zu Beginn des Jahres. Unsere Versicherungsexperten sind für Sie da. ARAG – Auf ins Leben ARAG – auf ins Leben